Darf ich dir Christoph Kreis vorstellen? Einer unserer Nick-Sturm-Autoren. Seit seine Freundin ihn verlassen hat, leidet er in einer Sinnkrise und ist depressiv. Cool. Na, als Fit for Fun? Digga, was du brauchst? Das sind echte Geschichten. Real Gangs is real stories. Und deswegen biete ich dir das ganze professionell aufzuziehen. Der Typ eignet sich ideal zur Recherche. Er ist ausreichend kriminell, aber nicht so, dass gefährlich werden könnte. Ewa, die Polin. Na klar kenn ich die. Das kannst du vergessen, Alter. Die lässt keiner ran. Ist dein Freund von Dom? Ich schreib ein Buch über ihn. Mit Knallhacken-Kriminell. Hyper-realistisch. Hardcover. Entschuldigung, Entschuldigung. Was war das denn bitte? Wenn dich jemand anrebelebt, dann sagst du dich entschuldigen. Dann sagst du, hast du ein Problem oder was? Au revoir. Hast du ein Problem oder was? Kiss, kiss, kiss. Seit ich dich kenne, gerade ich von einer Scheiße in die andere und es wird immer schlimmer. Alter, wo hast du gelernt, so eine Kelle zu schlagen? Kinderkarate. Wollen wir vielleicht irgendwo noch einen Absacke trinken? Ich glaube, ich geh nach Hause. Ich hab Angst, dass es sich entzündet. Tschüss. Ey. Auf einmal auf, immer nachzudenken. Komm mal einfach vorher. Der Deng, der Deng. Der Deng! Der Deng! Der Deng, der Deng! Ein Horst, ey. Mein Name ist Dominik, genannt The Dom. Wer von euch hat die Scheiße mit Tamara gemacht? Du kannst ja jetzt hier nicht mit dem Turmband rummachen. Wie sieht das aus? Wieso nicht? Wir fehlen unsere Credibility. Ich bin nicht mit dem T-News. Alter, sie hat mich voll aus dem Konzept gebracht. Wo war ich denn? Äh, äh...